Herzlich Willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause, danke schön. Die Mutter, liebe Zuschauer, die Mutter ist in der Regel die erste Bezugsperson in unserem Leben. Danke schön. Und pünktlich zum Muttertag fragen wir uns heute, wie sehr prägen Mütter auch unsere weitere Entwicklung im Guten wie im Schlechten. Starke Mütter, verehrt und verteufelt, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und wir begrüßen dazu Natascha Ochsenknecht und Bärbel Wierichs. Herzlich Willkommen. Als Mutter-Tochter-Gespann sind Sie unzertrennlich. Ihre Beziehung hält durch Höhen und Tiefen. Und auch wenn Sie nicht immer einer Meinung mit Ihrer Mutter sind, Frau Ochsenknecht, so sagen Sie doch, sie hat mich stark gemacht und ist immer für mich da. Wir freuen uns, dass Sie heute beide hier sind, Natascha Ochsenknecht und Bärbel Wierichs. Noch mal herzlich Willkommen. Eine Mutter, die für Sie da ist. Das haben Sie, Nina Ziegler, sich immer gewünscht. Die Partner Ihrer Mutter misshandelten Sie aber schwer in Ihrer Kindheit. Und Ihre Mutter stand dabei und stachelte Sie sogar an. Wie Sie nach vielen Jahren einen Weg aus dieser Hölle gefunden haben und wie die Vergangenheit Sie heute immer noch einholt, das erfahren wir von Nina Ziegler. Herzlich Willkommen im Nachtcafé. Sie, Helmut Gruber, waren der Meinung, eine ganz normale Familie zu haben. Doch mit 14 Jahren erfuhren Sie, Ihre Mutter arbeitete nicht als Taxifahrerin, sondern als Prostituierte. Und Sie selbst waren ein Kuckuckskind. Ihr leiblicher Vater, einer der Freier. Das Leben mit diesem dunklen Geheimnis belastete die Beziehung zu Ihrer Mutter stark. Herzlich Willkommen im Nachtcafé. Helmut Gruber. Für Sie, Angelika Nachtmann, stand Ihre Tochter immer an erster Stelle. Als Katharina, schon als Kleinkind unter mysteriösen Beschwerden litt, kämpften Sie jahrelang für eine Diagnose, ließen sich nicht entmutigen, obwohl Ärzte und Ihre Familie Sie für verrückt erklärten. Und Sie retteten Ihrer Tochter damit das Leben. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte. Angelika Nachtmann. Mutterliebe ist einzigartig, sagen Sie, Fritz B. Simon. Als Familientherapeut und Psychiater wissen Sie aber auch, wie ambivalent die Mutter-Kind-Beziehung sein kann. Worauf es wirklich in diesem besonderen Verhältnis ankommt und was diese Bindung prägt, erfahren wir heute von Prof. Dr. Fritz B. Simon. Herzlich Willkommen. So. Max, der Assistenzhund von Ihnen ist auch noch heute in der Runde. Frau Ziegler, der Muttertag steht vor der Tür, muss man dazu sagen. Haben Sie schon ein Geschenk gekauft? Äh, ich habe sie heute mitgenommen. Ja, das ist ein Geschenk. Das ist jetzt mal ein Geschenk. Ja, aber schenken Sie sich noch was zum Muttertag? Äh, ja, schon. Also ich schicke immer Blumen, wenn wir jetzt nicht zusammen sind, so das Klassische. Und ich schenke aber meiner Mutter zwischendurch auch das eine oder andere. Und ich finde, eine Mutter sollte man das ganze Jahr überehren und nicht nur an einem Tag. Wie wichtig, Frau Wiebichs, ist Ihnen denn dieser Muttertag? Also an sich ist der mir gar nicht so sehr wichtig, weil das ganze Leben, ich sage immer, lebenslänglich bleibe ich die Mutter. Und insofern ist das für mich zwar der Tag, wo man an die Mutter denkt, ja, weil er dafür auserwählt ist. Aber ansonsten bin ich das ganze Leben glücklich mit ihr. Werden Sie denn von Ihren Kindern beglückt am Muttertag, Frau Nachmann? Nein. Gar nicht? Nein. 365 Tage im Jahr werde ich beglückt. Ah ja. Ja, das ist doch herrlich, wenn man das hört. Zeigt sich, zeigt sich, Herr Simon, die Bedeutung des Muttertags, aber besonders dann, wenn man vergisst, der Mutter zu gratulieren? Ich glaube, erst dann gewinnt dieser Muttertag Bedeutung. Meiner Erfahrung nach ist das den Müttern meistens egal, der Muttertag, weil das ist irgendwie eine Erfindung der Blumenindustrie. Und die profitieren reichlich. Also meine Eltern haben Blumenladen gehabt, da brummt es. So wie die Brauereien vom Vatertag profitieren. Aber wenn es vergessen wird, also wenn man Blumen schenkt, dann ist es gut, dann hat man etwas getan, was erwartet wird. Aber alles, was erwartet wird, hat eigentlich nur dann eine Bedeutung, wenn dagegen verstoßen wird. Unser Thema ist ja heute starke Mütter verehrt und verteufelt. Ist Ihre Mutter eine starke Mutter? Meine Mutter ist eine starke Mutter, weil wir, also ich bin auf einem Dorf groß geworden mit 500 Einwohnern und wir waren so die Außerirdischen. Und meinen Eltern war das eigentlich total egal, was andere über sie denken, was über unsere Familie gedacht wurde, weil wir halt anders waren. Und die haben immer gesagt, Mensch, mach einfach dein Ding, Hauptsache du bist glücklich. Und sie haben immer geschaut, welche Fähigkeiten wir haben und haben uns dann auch in diesen Fähigkeiten unterstützt. Und es war damals schon immer ein bisschen anders. Da hieß es immer, ja, konzentrier dich auf eine Sache. Und meine Eltern sind dann auch, ja, man kann doch mal sagen, haben uns auch mal zwei Tage früher aus der Schule genommen, damit wir nach Italien fahren. Also es war schon ein bisschen anders. Herr Gruber, wenn wir bei den starken Müttern bleiben, ihr Verhältnis zu ihrer Mutter ist belastet, war auch schon lange belastet, da kommen wir noch in Ruhe drauf. Aber mal grundsätzlich, was ist für Sie eine starke Mutter? Tja, übers Leben gesehen war sie sicher stark, das würde sie zumindest sagen. Auf jeden Fall. Ich sehe natürlich ihre gesamte Biografie und sehe auch ihre Schwächen. Wenn Sie das mal in Worte fassen würden, was ist heute eine starke Mutter? Ja, eine Stärke ist ja was irgendwie Ambivalentes, Sie haben es am Anfang schon gesagt, eine starke Mutter kann einem Halt geben, kann für einen kämpfen, die berühmte Löwenmutter. Auf der anderen Seite muss man sich als Kind gegen eine starke Mutter natürlich viel mehr wehren. Aber eine schwache Mutter ist auch jetzt nicht das, was man sich wünschen sollte, weil im Extremfall ist dann das Kind stärker als die Mutter und muss die Mutter schützen. Also insofern ist das mit der Stärke oder Schwäche etwas, was man nicht absolut positiv oder negativ bewerten muss, weil was immer eine Mutter macht, das ist immer irgendwie falsch. Darüber muss man sich klar sein. Aber das macht sozusagen das Muttersein aus, dass man sich durch diese verschiedenen Beziehungskrisen durchhangeln muss. Und die Qualität besteht der Mutter-Kind-Beziehung, besteht darin, dass man dort Konflikte austragen und ausleben kann in der Sicherheit einer Beziehung. Wenn die Beziehung gut ist, also ob die Mutter stark ist oder schwach ist, glaube ich nicht so das Entscheidende. Die Frage ist, ist die Beziehung zuverlässig? Dann reden wir doch über die Beziehung. Und wir haben ja hier Mutter und Tochter da. Und Sie haben schon gesagt, als Sie, man wird ja in der Kindheit geprägt, als Sie ein Kind waren, sind Sie in 500 Seelendorf gezogen nach Niedersachsen. Ja, Sie waren so ein bisschen schrill. Ich meine, Sie waren wahrscheinlich damals auch schon modisch. Haben Sie denn so als Neue Zugezogene da in dieses Dorf reingepasst? Absolut nicht. Also wir waren wirklich die Exoten. Und man hat so nach und nach eigentlich erst in den Jahren festgestellt, dass die alle miteinander schon verbandelt waren. Ach, verbandelt. Ja, wenn es um irgendwelche, wenn unsere Rollänen hochgingen. Also das war alles ein Gespräch. Und weil ich auch schon von Anfang an genäht habe und so weiter. Wir waren immer ein bisschen anders angezogen. Also Sie standen schon unter Beobachtung. Total. Da wurde schon immer hinter den Gardinen geguckt, was machen die denn heute? Aber das habe ich viel später erst mitbekommen. Ich bin also relativ naiv in das Dorf gekommen. Und ich habe gedacht, jeder hat so seine Freiheit und so lebt auch jeder. Aber ganz so war es nicht. Wir wurden schon sehr beäugt. Sie hatten doch auch richtig dicke Schlitten, oder? So richtig Autos. Ja, meine Eltern waren ja selbstständig. Die hatten eine Baufirma und dann waren eben auch fünf Autos da. Und mein Vater hatte dann auch mal Lust auf einen knallroten Firebird. Und das war dann schon so. So ein Ami-Schlitten. Ja, so ein Ami-Schlitten. Und mit so einem Auspuff, der richtig knattert und so. Und mein Vater war ja nun auch zwei Meter, ehemaliger Zehnkämpfer. Also der ist ja da schon aufgefallen. Meine Mutter immer mit Hut. War auch anders, ne? Und man sieht ja auch an der Farbe, ne? Also das war damals auch schon. Aber großartig, oder? Das wollen wir doch mal sagen. Sieht voll aus. Und wir waren eine sehr kreative Familie. Aber mein Vater hat dann irgendwann realisiert, es wäre gut, zur Feuerwehr zu gehen und zum Spielmann zu gehen. Und dann hat man uns dann mit großen, ja, mit offenen Armen irgendwann nochmal so ein bisschen Empfang. Aber trotzdem standen wir unter Beobachtung. Waren Sie denn da als Kind auch erst mal Außenseiterin? Ich habe das erst mal gar nicht so gesehen. Aber als es dann anfing, dass meine Freundin auch mal nicht mit mir spielen durfte, die immer noch meine Freundin ist, wirklich jetzt seit 50 Jahren. Heike hatte gerade Geburtstag. Ja, Glückwunsch! Und ja, da war das schon so, ja, die wollte dann auch zu uns ziehen, weil ihre Eltern ja alles verboten haben und meine Eltern, das war halt alles ein bisschen entspannter. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, die wollen uns einfach nicht so wirklich. Und ich habe ja nie was verkehrt gemacht. Ich war halt, ich habe halt dann auch bunte Farben getragen oder wir hatten mal und die Einrichtung von meinen Eltern, wir hatten ein schwarz-weißes Wohnzimmer, wir hatten eine knallgrüne Küche, ein lilanes Schlafzimmer. Das gab es damals nicht. Die waren halt alle eher so eicherustikal. Und wenn Sie so mitgekriegt haben, dass Sie da geschnitten werden oder so und sind zu Ihrer Mutter gegangen, was hat sie Ihnen dann auf den Weg gegeben? Was hat sie Ihnen für einen Rat gegeben? Einfach nicht drüber nachdenken und mein Ding machen. Also Rücken stärken. Und ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben, gerade für kleine Kinder, wo das eben schon anfängt. Das Mobbing fängt schon sehr früh an und das war ja schon so eine Art Mobbing irgendwo. Und dass man den Kindern den Rücken stärken muss und Vertrauen mitgeben. Also das nützen ja die besten Noten, wenn du kein Selbstbewusstsein hast. Nun kennen wir ihre Tochter ja nun aus den Medien als selbstbewusste Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Und hier Rebel als Aufschrift. Wir sehen jetzt aber auch mal ein Foto so aus ihrer Kindheit. Die kleine Natascha. Sehr süß, muss man dazu sagen. Wie war sie denn als Kind? War sie eher lebendig? Oder? Sehr süß. Ja. War sie denn eher lebendig? Oder war sie eher schüchtern? Ja, sie war sehr schüchtern und bescheiden. Sie hat mir eigentlich mit zwölf Jahren und das weiß man relativ selten sehr hoch anständig mal widersprochen, sodass ich das mir mein Leben lang merken konnte. Und ja, sie wurden eigentlich alle freiheitlich groß bei uns. Nur wenn das nicht gepasst hätte, wenn sie über die Stränge geschlagen hätten oder irgendwas wäre gewesen, dann hätte man natürlich gesagt, halt, stopp, so nicht. Also sie wurden frei erzogen und das haben sie auch so empfunden? Naja, meine Eltern, also es war dann auch so, klar gab es dann auch die Dorfdisko irgendwo, aber es waren natürlich ein paar Orte weiter. Und meine Eltern, dann habe ich gesagt, wann soll ich denn nach Hause kommen? Ich war halt echt immer super brav. Was ich ja heute noch bin. Ja. Und ja, wann soll ich denn nach Hause kommen? Dann hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, pass mal auf, du hast morgen Schule. Komm einfach, wann du meinst, weil du musst morgen aufstehen, nicht ich. Und dann macht man das zweimal, dass man denkt, okay, halb zwölf, halb eins und dann irgendwann muss man auch aus der Disco flüchten, weil man war ja noch nicht so vom Alter. Und dann habe ich gedacht, das ist schon blöd eigentlich. Und dann war ich einfach dann um zehn zu Hause. So ein Einschnitt in der Mutter-Tochter-Beziehung ist ja auch, wenn die Tochter dann das Haus verlässt. Wie war das denn für Sie, als sie dann ausgezogen ist? Also es war für mich eigentlich kein Unterschied, weil wir ja danach auch immer ständig Kontakt hatten. Und insofern habe ich das nicht empfunden. Das war auch in meiner Jugend mit meiner Mutter so. Ich war ja von Braunschweig nach Düsseldorf gezogen. Es war einfach diese Vertrauensbasis da und das war kein Problem. Haben Sie das auch so stressfrei empfunden? Ich habe sie erst drei Tage vorher gesagt, das fand sie dann nicht so lustig. Hab ich gesagt, ich ziehe übermorgen aus. Was ziehst du? Ist so echt sie aus. Ja, den Freund fand sie jetzt nicht so toll, aber es hat immerhin fast drei Jahre gehalten. Also es war dann für die Geschichte und für die erste große Liebe war das okay. Und ja, sie kam mir dann auch wieder an mit Lebensmitteln, weil sie dachte, ich war Hunger. Ja, da ist die Mutter dann doch immer diejenige, die aushilft. Ja. Dann ist es ja auch so, dann kommt die erste große Liebe und dann kommt die große Liebe, mit der man Familie gründet und so weiter. Jetzt mit dem Abstand, wie kamen Sie eigentlich so mit Uwe Ochsenkrecht? Ja, das war recht klar. Okay, alle weghören. Ja, also er hat eine sehr große Eigendynamik. Okay. Und wenn er dann in der Küche war und machte sich da irgendwas mit der Pfanne zurück, hat gerade die Küche schon sauber gemacht. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war innerlich total verändert. Ich kann das nicht erklären. Mhm. Und ich habe es einmal erlebt, weil ich ja die Kinder betreut hatte und er kam dann nachts nach Haus und da war er mal so locker, also dass ich sagen muss, das war so richtig super. Da hat er gesagt, Bärbel, jetzt trinken wir jetzt mal einen Schnaps. Okay. Da habe ich gedacht, also mein Gott, das könnte doch öfters im Leben so sein, ne? Aber... Aber... Ist das denn immer gleich gesagt oder sagt man sowas erst, wenn man auseinander ist? Ich habe das nie, ich habe nie in der Ehe irgendetwas erzählt. Sondern erst, nachdem meine Tochter jetzt jahrelang getrennt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gesagt, sie hat ihn nicht, also er hat sie nicht verdient. Okay. Absolut. Ich habe ja gesagt, es wird spannend. Ja, ja. Ja, aber das ist nun mal die Wahrheit, ne? Und meine Tochter, was die alles im Leben getan hat und organisiert hat, also ich sage, da träumt jeder Mensch von, wenn er das nur mal vielleicht zwei Jahre erleben würde, ne? Und das waren ja fast 20 Jahre. Man 20. Plus der Kinder und so weiter. Also ich muss sagen, da habe ich meine größte Hochachtung vor. Und ich habe aber nie ein böses Wort eigentlich gegen meinen Schwiegersohn gesagt, weil ich habe das alles neutral gehalten. Aber jetzt kanntest du es ja bisher nicht mehr, ist ja nicht mehr der Schwiegersohn. Ja, nur das sind so kleine Ecksteine, die da mal ein bisschen zur Geltung kommen, ne? Also die Offenheit kann hier doch sein, oder? Das muss man ja wirklich mal sagen. Wie wichtig. Ich meine, ob das jetzt die Ehe mit Herrn Ochsenknecht war oder ob es jetzt die letzte Beziehung war, die ja vor einem halben Jahr auseinander ist mit Herrn Kekkeli. Ist es Ihnen wichtig, was Ihre Mutter von Ihren Freunden hält? Oder Männern? Es gab ja nur zwei. Ja, ja? Also von daher, ich habe ja eigentlich, ja, ich habe eigentlich, kann man ja sagen, es waren jetzt 30 Jahre zwei Männer gehabt. Also ich meine, das ist echt für die heutige Zeit so ein guter Schnitt. Manche haben in zwei Jahren 30 Männer. Da ist was dran. Und nee, ich lege schon großen Wert auf ihre Meinung, aber sie braucht sie mir gar nicht sagen, weil ich kenne die Blicke meiner Mutter. Und ich weiß, wann die töten und ich weiß, wann die lieben. Und von daher weiß ich dann so, okay, der ist willkommen und der halt weniger. Ist sie denn diejenige, die Sie dann, also angenommene Beziehung, Sie hatten ja noch nicht so viele, aber nehmen wir mal die letzte von Herrn Kekkeli, die geht mit Herrn Kekkeli, die geht auseinander. Ist sie dann so eine der ersten, die Sie anrufen? Oder? Na, die war ich schon vorher, wenn es brennt. Da rufe ich sie schon an. Also es ist ja nicht so, man trennt sich ja nicht von heute auf morgen. Und sie war auch ein paar, bei einigen Geschichten so dabei, wo sie dann, wo ich dann schon die Augenrollen gesehen habe, da wusste ich so, okay, und da hat sie es eh schon gar nicht auseinandergeht. Es gibt ja Frauen, die sagen, meine Mutter ist meine beste Freundin. Möchten Sie das? Nein. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder zu mir sagen, meine Mutter ist meine beste Freundin, weil ich finde, das ist meine Mutter. Und sowas hat man ja manchmal nur einmal im Leben und das sollte man dann halt auch so ehren und so schätzen. Und Freundin kann ich mir ja suchen, aber meine Mutter kann ich mir nicht suchen, die ist halt da. Wie selbstverständlich ist das, dass eine Mutter zu einer besten Freundin werden kann? Ja, ich glaube, das ist eine Illusion. Ich glaube auch, dass da was nicht stimmt. Das ist jetzt auch so, genau. Wenn gesagt wird, meine Mutter ist meine beste Freundin, was nicht heißt, dass so eine Beziehung nicht Ähnlichkeiten haben kann. Aber man hat ja eine ganz andere Geschichte und es gab Abhängigkeiten und es gab natürlich auch Konflikte im Laufe der Entwicklung. In Ihrem Fall, denke ich, finde ich ja beeindruckend, welchen Vertrauensvorschuss Ihre Mutter Ihnen gegeben hat. Sie hat ja offenbar nie versucht, Sie zu kontrollieren oder zu überwachen. Naja, das Überwachen... Okay. Hier ist schon ein kleiner Detektiv. Dann hat sie nur die Hälfte erzählt. Aber Sie haben relativ viel Freiraum gehabt und womöglich auch gerade durch dieses Dorf als Umgebung haben Sie gemerkt, wie viel Freiraum Sie haben und dass es erlaubt ist, Abweichungen zu zeigen. Weil in vielen Familien ist doch so, dass gesagt wird, mach das nicht, was sagen die Nachbarn, um das jetzt mal zu karikieren. Das haben Sie nicht gehabt. Insofern haben Sie die Chance gehabt, ausprobieren zu können, versuchen zu können, experimentieren zu können. Und deswegen haben Sie wahrscheinlich auch nur Uwe Roxenknecht ausgehalten. Richtig. Richtig. Wie sehr muss ich denn, wenn Mütter nicht die besten Freundinnen sein sollten, aber wie sehr muss ich denn das Mutter-Kind-Verhältnis auch im Laufe der Zeit verändern? Also ich würde gerne noch was sagen, weil da gehört ja auch noch ein Vater dazu, vermute ich. Klar. Den lassen wir heute unter den Tisch. Die hätten das alleine ja wahrscheinlich auch nicht so hingekriegt. Also irgendwie müssen die Eltern sich da auch einig sein, diesen Freiraum zu geben und so weiter. Aber natürlich verändert sich die Mutter oder überhaupt die Mutter-Kind-Beziehung. Nicht nur Mutter-Tochter-Beziehung. Weil es fängt an mit totaler Abhängigkeit und irgendwann wird gewissermaßen so in Salami-Taktik ausgehandelt, wie autonom der andere ist. Wobei Mütter natürlich immer in dem Dilemma sind, gerade wenn sie ihre Kinder lieben, dass sie übergriffig werden, weil sie ihre Kinder vor sich selber schützen wollen, weil die ja häufig noch nicht wissen, was ihnen gut tut oder nicht gut tut. Also da gibt es viele Konflikte. Pubertät kennt jeder, brauche ich nicht zu erzählen. Und irgendwann wird das dann so eine Erwachsenenebene. Auch wenn es keine beste Freundin-Beziehung ist. Und irgendwann kippt es womöglich. Ja, ist es schon gekippt. Bis dann irgendwann die, also meine Tochter hat mir irgendwann gesagt, Papa, wenn du wirklich verblödest, geh nicht mehr ins Fernsehen. Wir sind froh, dass sie da sind. Gruß an die Tochter. Ich weiß nicht, ob ich ihrem Urteil gerecht würde. Also, der meiner Tochter. Ja, also irgendwann kippt das, dass dann irgendwer... Das ist so ein Rollentausch. Ein Rollentausch. Und das geht über Jahrzehnte. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie gerne mal richtig tanzen gehen. Richtig einen drauf machen, so auch die Nächte durch. Müssen Sie da manchmal jetzt auch rauf? Ja, ja, da gibt es also... Wir haben auch gerade... Früher habe ich noch mal mit ihr gesprochen. Mama, weißt du noch, als du nachts tanzen warst und dann bist du in die falsche Richtung gefahren? Ja, und dann bin ich da durch den Tunneln. Und es war alles düster und ich wusste gar nicht, wo ich war. Und ich so, das wusste ich jetzt wieder auch nicht. Dass sie dann auch morgens um fünf da durch irgendwelche dunklen Tunneln muss in Berlin. Und wir haben, also auch ihre Enkelkinder haben ihr gesagt, Oma, nimm bitte ein Taxi. Nein, sie fährt nachts mit der U-Bahn vom Tanzen. Also es ist schon, sie legt es echt drauf an. Und da muss ich auf sie aufpassen mit Ruf an, wenn du zu Hause bist, ne, so die Nummer. Da sind Sie ja strenger als Sie früher. Ja, ja. Oder sie sollte mal auf meine Tochter aufpassen, das ist jetzt auch ein paar Monate. Ja, was heißt aufpassen? Ich war halt am Arbeiten und sie war sonntags da. Und dann rufe ich meine Tochter sonntags um elf und Mama, die Oma ist nicht nach Hause gekommen. Ich so, okay. Dann rufe ich die Oma, nein, das mache ich, Mama, mach du deine Arbeit, ich such sie. Ja, und dann hat sie durchgemacht, hat Leute kennengelernt, wo man die frühstücken, ne? Nimmt das Muttersein eigentlich ab, dieses Gefühl mit der Zeit? Wird es weniger wichtig oder bleibt es? Nein, nein. Es ist immer gleichbleibend bei mir. Ist gar kein Unterschied. Was haben Sie von ihr gelernt? Ja, genau so zu sein, wie ich bin, ne? Und umgekehrt, wir haben am Anfang über Sie gesprochen. Ihre Tochter hat ja jetzt auch drei Kinder. Was macht Sie zu einer starken Mutter? Ja, also sie ist ja wirklich für die Kinder da. Also sie ist ja die absolute Bezugsperson, was ich sehr bedauere, weil es gehören immer zwei Menschen dazu. Und ich muss wirklich sagen, es ist der absolute Wahnsinn, was meine Tochter an Kämpfen für ihre Kinder in Kauf nimmt, damit das Leben einigermaßen rund läuft, obwohl da sind Tendenzen, die sind katastrophal. Ja, ja, so. So. Schön, Sie beide hier zu haben. Zum ersten Mal zusammen. Und Sie sich treibt. Wie ist es eigentlich, Herr Simon? Prägt die eigene Mutter die Art und Weise, wie man dann selbst die Mutterrolle ausführt? Ja, klar. Also nicht das, es gibt eigentlich, um mich es mal wirklich klischeehaft zu sagen, zwei Möglichkeiten, wie man sich an der Mutter orientiert. Entweder man imitiert sie. Alles das, was einem gefallen hat, macht man auch so. Oder man macht das Gegenteil. Also man sagt, so eine Mutter werde ich auf jeden Fall nicht. Also diese beiden Möglichkeiten hat man. Aber man entgeht ja irgendwie nicht. Klar kann man sich auch irgendwie einen dritten oder vierten suchen, an dem man sich orientiert. Aber am Anfang sind das natürlich die Bezugspersonen, die einzigen, die man beobachten kann. Und diejenigen, die einem entweder direkt sagen oder durch ihr Verhalten zeigen, was gut, was richtig ist und was akzeptiert wird und was negative Gefühle auslöst. Weil am Anfang kriegt man ja nicht unbedingt mitgeteilt, was ist richtig, was ist falsch, sondern das wird durch gezeigte Gefühle vermittelt. Ja, Kind rennt auf die Straße, Mutter guckt entsetzt, reist einen weg und so weiter. Also auf diese Art und Weise wird sehr deutlich vermittelt, wie man sich verhalten sollte. Aber wie gesagt, die Mütter sind zwar heute im Fokus, aber ich, wir sind hier, Herrn Steinbrächer rechnen wir mal nicht mit, wir sind die einzigen Männer hier. Er ist ja irgendwie... Entschuldigung. Also Väter gehören da natürlich auch dazu, obwohl Mütter sicher noch mal eine besondere Rolle haben. Das ist ganz klar. Und diese Beziehung kann sich gut entwickeln. So eine Beziehung zur eigenen Mutter kann aber auch zum Trauma werden. Das haben Sie, Frau Ziegler, erlebt. Und die Beziehung zu Ihrer Mutter hat bis heute nachgewirkt. Max, Ihr Assistenzhund, erleichtert Ihnen den Alltag, ist auch heute hier. Aber das ist auch immer noch eine Spätfolge, wenn man so will, dieser belastenden Beziehung zu Ihrer Mutter. Wenn wir mal aber in Ihrer Kindheit anfangen. Sie war ein Papakind, kann man das so sagen? Auch heute noch. Auch heute noch? Ja. Erzählen Sie mal, wie war das mit Ihrem Papa? In der frühen Kindheit? Ja, der war für mich alles. Mein Bär, mein Halt, meine Sicherheit. Das war mein Vater, ja. Irgendwann war Ihr Vater dann nicht mehr da. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Und das war dann auch so der Moment, in dem das Ganze für Sie immer schwieriger wurde. Sie und Ihre Schwester sind bei Ihrer Mutter geblieben. Was hat sich danach in der ersten Zeit dann verändert für Sie? Tja, diese Nichtliebe. Dieses weggeschoben zu werden, nicht gut genug zu werden. Ein neuer Partner, der relativ schnell zu uns eingezogen ist. Also, ja, das war sehr lieblos, muss ich sagen, die Zeit. Das hat Sie aber mehr getroffen als Ihre Schwester, ne? Warum eigentlich? Weil ich ein Papa-Kind war. Also, meine Mutter konnte es nicht ertragen, dass ich meinem Vater hinterher geweint habe. Ich habe mich ja in den Schlaf geweint, weil ich so eine Sehnsucht nach meinem Vater hatte. Und das kann das Sie nicht ertragen. Und das bekam ich dann auch so zu spüren. Sie sagen, Sie bekamen das zu spüren. Da war ja dann ja auch Gewalt im Spiel. Wie fing das an? Was waren so die ersten Schritte? Schläge waren die ersten Schritte. Dann Essensentzug. Essensentzug? Ja. Für was wurden Sie denn bestraft? Ja, dass ich nicht so war, wie sie es gerne wollte. Oder Dinge ausgeführt habe, so wie sie es hätte gerne gewollt. Machen Sie mal ein Beispiel so? Was war ein Anlass dafür, dass Sie sie gekriegt haben? Ja, das ist so ein kleines Beispiel. Die Waschmaschine. Ich sollte sie ausräumen. Da war ich vier Jahre alt ungefähr. Und die alten Waschmaschinen, leider, die musste man immer in dem Schleuderprogramm zum Abpumpen ja erst noch separat einstellen. Und das wusste ich nicht. Ich mache die Waschmaschine auf und die Küche war unter Wasser. Und das war ein Grund. Also, ja. Und dann kam der Freund Ihrer Mutter und hat Sie geschlagen. Haben Sie dann Ihre Mutter um Hilfe gebeten? Ja, natürlich am Anfang. Also, das sind diese flehenden Blicke. Also, oftmals kann man gar nicht mehr sprechen oder um Hilfe rufen, sondern man sieht die Mutter nur an. Und das ist schon sehr grausam. Was haben Sie dann da in den Blicken gesehen von ihr? Genuss. Genuss? Ja, also keinerlei Form von, es tut mir gerade weh, was mit meinem Kind passiert. Also, da war keinerlei Empathie. Nichts. Also, und das sind so Blicke, die haben sich ganz tief in mir eingebrannt. Haben Sie sich dann als Kind versucht zu erklären, warum ist die Mama denn so? Warum guckt die denn so? In dem Alter nicht. Also, ich habe eher versucht, immer besser zu sein. Ich habe immer gedacht, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht mache ich Dinge nicht gut genug und habe ihr Bilder gemalt, die so zerrissen hat. Und ich habe sie dann noch mal von neu gemalt und noch viel besser und noch viel genauer. Und die hat sie wieder zappmüllt. Und ich habe dann aber nie aufgegeben, ja, und habe immer weiter darum gekämpft, damit meine Mama mich liebt und sieht, dass auch ich ein gutes Kind bin. Also, Sie haben um die Liebe gekämpft. Haben Sie sie denn auch geliebt? Ja, natürlich. Also, ich muss sagen, in dem Alter liebt man seine Mama. Also, da kann man nicht, hat man dieses rationale Denken, dass auch ein Mensch sein eigenes Kind nicht lieben könnte. So etwas gibt es ja auch. Ja, aber so weit. Ich habe gedacht, sie muss mich doch irgendwo lieben. Also versuche ich, irgendetwas zu tun, damit sie mich liebt. Und, ja. Frau Nachbarn, an der Stelle würde ich Sie auch gerne mit einbeziehen. Wir reden nachher noch über all das, was Sie für Ihre Tochter getan haben. Aber auch Sie hatten ein schwieriges Verhältnis, ein schlechtes Verhältnis zu Ihrer Mutter. Und ein Kernerlebnis hat sich abgespielt, als Sie neun Jahre alt waren. Sie waren in den Schulferien. Was ist da passiert? Ich war in den Schulferien bei einer Tante in Niederbayern. Und bin dort sexuell missbraucht worden. Schwer. Und als mich meine andere Tante dann heimbracht hat, dann war das meine Mutter, die mir ständig einreden wollte, dass ich das erfunden habe und dass ich frühreif bin. Und ich habe mir gedacht, das stimmt ja gar nicht, ich habe ja nichts gemacht. Und das Allerschlimmste war für mich, dass ich ihr das erzähle und sie glaubt mir nicht. Aber ich habe einen sehr starken Vater gehabt und der hat das geglaubt. Was hat das denn mit der Beziehung oder aus der Beziehung mit Ihrer Mutter gemacht? Das ist ein ganz kurzer Satz, so werde ich nie. Das mache ich nie, wenn ich mal Kinder habe. Das hat das aus mir gemacht. Was macht das mit der Psyche eines Kindes, wenn man die Mutter um Hilfe bittet, mit Blicken oder wie auch immer, oder ihr was erzählt und da ist nichts, da kommt nichts? Ja. Wir haben es ja an Ihrem Beispiel gesehen, wie wichtig Vertrauen ist. Und das geht dabei verloren, das Vertrauen. Das heißt, wenn man nicht Vertrauen in die Beziehung haben kann, dann wird üblicherweise mit irgendwelchen Versuchen, allein damit zurecht zu kommen. Und geht also sozusagen in so eine Autonomie, in eine Pseudo-Autonomie. Das ist ja nicht wirkliche Selbstständigkeit. Aber man grenzt sich ab und sagt, das mache ich lieber alles alleine mit mir aus. Sie haben das Glück gehabt, dass da ein Vater war. So, dass sie dann nicht es wirklich ganz alle alleine machen mussten, sondern sie hatten jemanden, mit dem sie eine vertrauensvolle Beziehung haben konnten. Aber wenn das auch nicht da ist, dann entsteht so etwas, dass man alles versucht, alleine zu bewältigen. Und üblicherweise, und das scheint mir ja in Ihrem Beispiel der Fall zu sein, gibt man sich dann auch noch die Schuld dafür, dass irgendwas passiert ist. Wenn man sich die Schuld gibt, dann hat man wenigstens noch Kontrolle darüber, weil dann kann man was versuchen, anders zu machen. Wenn man das nicht machen würde, dann wäre man nur noch ausgeliefert. In dem Moment, wo man sich die Schuld gibt, ist zwar schrecklich, aber irgendwie ist es auch hoffnungsvoll, weil dann hat man die Hoffnung, ich mache jetzt ein Bild und dann wird alles wieder gut. Ihre Mutter hatte ja auch zwei Gesichter. Wie war sie denn in der Öffentlichkeit? Die liebevollste Mutter, die man sich nur vorstellen kann. Das heißt, da wurden Sie in den Arm genommen? Schreiben Sie das mal? Oder so wie? Sie hat mich in den Arm genommen. Sie sagte mir, dass es mich sehr lieb hat. Oder zwischendurch hat sie mich dann gerufen, komm, setz dich mal neben mich. Hat mich in den Arm genommen. Oder wenn wir draußen unterwegs waren, hat es auch meine Hand genommen. Aber es endete sich sofort, wenn man die Tür reingekommen ist. Natürlich habe ich diese Momente, die habe ich inhaliert. Also, das muss ich gerade so, kann ich nicht anders da erklären. Ich habe diese Momente so inhaliert und sie so versucht zu genießen, solange wie es geht. Weil ich wusste, das ist in ein paar Stunden nicht mehr so. Mit jedem neuen Partner wurde es ja auch heftiger für Sie. Sie wurden am Anfang nur in Anführungsstrichen geschlagen. Dann wurden Sie geschlagen mit dem Gürtel, mit Kleiderbügeln, mit allem Möglichen. wurden auch sexuell missbraucht. Wie haben Sie das ausgehalten? Hatten Sie jemanden, dem Sie sich anvertrauen konnten? Nein. Gar niemanden? Das ist, man hat auch sehr gut psychisch mit mir gearbeitet. Also, das sind solche Sätze, wenn du was sagst, das wird viel schlimmer, dir wird eh keiner glauben. Und das war wirklich so in mir eingebrannt. Mir glaubt ja eh keiner. Ja, egal, was die mit mir machen. Und so habe ich das geduldet. Also, ich sag mal so, umso älter man wird, umso mehr fängt man an, ein devotes Verhalten zu leben. Alles so, um es ihr Recht zu machen. Obwohl man selber weiß, man geht ein wie ein Blümchen. Ja, aber... Sie waren ja damals im Kindergarten. Sie waren auch mal bei Ihrem Vater zu Besuch. Hat da keiner was mitbekommen? Doch. Doch. Also im Kindergarten, ähm, ja, gab's eine Situation, es sind auch zwei Gruppen, eine Gruppe gemacht worden, weil halt Kinder krank waren. Und es war halt am Vorabend so, dass ich wirklich, ähm, aufs Regelrechte vermöbelt worden bin und sozusagen auch nicht mehr sitzen konnte. Und, äh, ja, die kleinen, äh, Holzstühlchen, die sind schon sehr hart, also, hab ich halt versucht, immer einen Positionswechsel zu machen. Und die Leiterin meinte, ich möchte auf Toilette, weil sowas machen Kinder ja auch gern mal, wenn sie auf Toilette müssen. Und, äh, nahm ich mit, obwohl ich nicht wollte, und hat mich ausgezogen. Und... hat dann natürlich alles das Blutige entdeckt. Und dann? Es wurde dem Jugendamt auch dann geleitet, also weitergeleitet, es gab eine Meldung. Und, ähm, ja, meine Mama hat geweint, das war ein Ausversehen, und, ähm, das Jugendamt hat damals nichts getan. Und, äh, erst als mein Vater das gesehen hatte, es war ja auch ein ganz dummer Zufall, weil seine Partnerin mich damals waschen wollte, am Rücken, und ich wusste, nein, das darf keiner sehen, weil, wenn ich nach Hause komme, ne, man lebt in dieser permanenten Angst, dann wieder geschlagen zu werden, ja, und, aber sie hat da halt nicht locker gelassen und hat das dann gesehen und ist erst mal wortlos aus dem Bad raus, und ich bin erst mal zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, jetzt ist mein Leben vorbei. Ja, und mein Vater kam dann rein und hat das gesehen und hat dann auch die Meldung gemacht und auch gleichzeitig das Sorgerecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt. Aber auch das hat ein Jahr lang gedauert, bis ich dort rauskam. Wir sind ja immer wieder schockiert, auch über Fälle, wie zum Beispiel in Stauffenbeil Freiburg, als ein neunjähriger Junge von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten zum Missbrauch angeboten wurde. Ist die Mutter als Täterin oder auch Mittäterin immer noch ein Tabu? Ich glaube schon, weil das Mutterbild ist ja nicht wirklich realistisch, sondern das ist ja von vielerlei Idealisierung geprägt. Die Mutter wird glorifiziert und deswegen ist es schwierig, das in Frage zu stellen. Ich finde, es ist ja auch funktionell, dieses Mutterbild zu idealisieren und zu glorifizieren, weil das hat ja auch eine gewisse Wirkung auf denjenigen, der in diese Rolle kommt und der kann sich orientieren. Aber wenn das dann die Abweichung da ist, das ist dann so erschütternd häufig, das kann man eigentlich nicht glauben, weil es so weit abweicht von dem, was wir normalerweise von Müttern erwarten und deswegen wird es dann auch im Einzelfall und die Frage ist ja auch, wie ist das erklärbar? Also in Freiburg oder Staufen oder auch in Ihrem Fall würde ich sagen, das ist natürlich nicht mehr das, was man üblicherweise ohne irgendwelche Verwendung pathologischer Kategorien erklären kann. Also irgendwas ist mit dieser Mutter nicht okay, um es mal allgemein zu sagen, dass sie sowas zulässt. wenn ihre Partner sie so foltern, hätte ich beinahe gesagt. Ja, man kann es nicht anders da auch. Das kann man schon so. Sie waren dann irgendwann dort raus, aber den Schmerz, den die Partner ihrer Mutter und auch ihre Mutter ihnen zugefügt haben, den haben sie sich dann selbst zugefügt. Es kam Alkohol, es kam, ja, Rangeleien, Aggressionen rein, sie haben die Schule geschwänzt, sie sind ins Heim Heimgekommen, sie haben sich dort dann geritzt, sind dann in eine psychiatrische Klinik gekommen. War das dann der Ort, wo sie angefangen haben, das dann auch zu bearbeiten, was ihnen über all die Jahre passiert ist? Also die erste Therapie noch nicht. Also bei mir ging es so, dass es, ich bin auch gesund ins Bett, also ich nenn's jetzt mal relativ gesund und bin wirklich todkrank wach geworden. Mein Kopf war schwer, ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und erst in den laufenden Jahren der Therapie habe ich dann verstanden, was halt passiert ist. Vor allen Dingen, es kamen ja viele Dinge erst zurück. Ich habe sehr viel vergessen, also man spricht da auch von der Amnesie, die man als Selbstschutz einfach auch hat. Und, ja. Wenn man das so sieht, was Sie alles erfahren haben und trotzdem haben Sie immer und immer wieder nach der Liebe Ihrer Mutter eigentlich gesucht. Können Sie das nachvollziehen, dass man es immer wieder immer wieder probiert, trotz all dem? Natürlich. Also Sie möchten natürlich ihrer Mutter beweisen, dass sie eigentlich ein gutes Kind ist und das ist ja wirklich so eine Manipulation, die stattfindet. Und ich finde es natürlich dann noch viel extremer, das ist so wie Zuckerbrot und Peitsche. So, wir gehen zu den Leuten raus auf die Straße und das ist die liebste Mutter der Welt und das Kind weiß aber schon genau, wie sie sagt, sie saugt alles auf wie ein Schwamm und zu Hause gibt es dann halt die Peitsche. Und das können, also ich finde es auch immer so, man denkt auch mal so, die Väter sind die Bösen. Es gibt so viele böse Mütter und das ist auch wie hier, wo man sagt, dass die Mutter, die ist heilig, das kann doch nicht sein, auch Mütter missbrauchen ja auch ihre Kinder, also so ist man nicht oder sie werden so manipuliert vom Partner, dass sie eben zugucken und ich finde das echt erschreckend und wie lange das dann auch wieder gedauert hat, der Vater kämpft und will das Kind haben und will es retten und dann dauert es ein Jahr und sie ist ein Jahr noch in dieser Hölle, also ich finde, das ist einfach unfassbar, also könnte ich ja ausflippen, also ich wäre da hin und her das Kind rausgezogen und ich finde es auch ganz toll, dass sie jetzt hier sitzt und den Mut hat und auch sagt, so ist es passiert, weil das muss man erstmal schaffen, also das zeigt, die Therapie hat ja auch wirklich Wirkung gezeigt und macht natürlich auch anderen Mut zu sagen, ey, mir ist das auch passiert, das ist ja oft so, dass alle sagen, oh Gott, ja und ich schäme mich und überhaupt und dieses Schämen, das soll man mal wegtun, also es ist so mutig zu sagen, das ist mir passiert und dann sagen viele andere vielleicht auch, ey, guck mal, die hat das auch erlebt, jetzt mach ich auch was, ne? Sie hatten dann ja auch erstmal Distanz zu Ihrer Mutter und irgendwann ist der Kontakt dann aber wieder entstanden und das hat dann dazu geführt, dass Sie nach all dem dann irgendwann sogar drei Jahre im Restaurant ihrer Mutter mitgearbeitet haben. Familie, im Betrieb. Im Betrieb, ja. Da werden manche natürlich denken, wieso, wieso? Wie würden Sie uns das erklären? Mein Vater hat mich gewarnt, so viel haben mich gewarnt, sie nimmt dich nur, weil sie dich gerade braucht und so, aber ich wollte diesen Kampf der Hoffnung noch nicht aufgeben. Also, es gibt Menschen, die schaffen das relativ schnell, es gibt auch Menschen, die brauchen noch viel länger als wie ich. Also, ich deute mich mal da eher im mittelmaß, aber, ja, ich habe immer gedacht, Familienbetrieb, man arbeitet zusammen, vielleicht kommt dann doch dann irgendwo eine Nähe. Also, dass ich mich beweisen kann und das ging immer auch von mir, ich muss mich beweisen. Wenn ich da bin und tue was und vielleicht kommt es dann. Ja, das war mein Beweggrund, immer wieder ihr hinterher zu laufen. Warum fällt uns das so schwer, uns abzunabeln in so einer Situation? Ja, ich glaube, das ist in jedem Einzelfall natürlich verschieden, aber sie haben sich ja lange damit beschäftigt, auch in der Therapie. Das heißt, sie haben die Hoffnung gehabt, irgendwann wird alles gut. Ich erinnere mich an eine Patientin, da ist die Mutter gestorben, bevor sie sich versöhnen konnte. Sie war untröstlich, wenn man sie auf einmal diese Hoffnung nicht mehr haben konnte. Und vorher die Hoffnung aktiv aufzugeben, das ist schon auch ein Stück, so einen Strich unter die Vergangenheit zu machen, der nicht so einfach ist. Ja. Sie haben dann irgendwann erfahren, dass Ihre Mutter in der Sadomaso-Szene ist. Wie haben Sie das erfahren? Durch ihre Erzählung und ich habe halt mal eine E-Mail gekriegt von dem damaligen Freund. In dieser Szene ist es anscheinend normal, ein Tagebuch zu verfassen, was Sie so in den Abläufen machen. Das hat er mir geschickt, also meine Mutter da in so gewissen Szenen zu sehen. Also mir war sehr schlecht, aber ich verstand zu dem Zeitpunkt schon, was mit mir passiert ist als Kind. Also Sie konnten sich diesen Blick, den Sie als Genuss beschrieben haben, auf einmal erkennen? Ja, genau, weil sie ist so der Part der Devote, der sich halt da einniedrig und sie sagte, ich sollte das einfach die E-Mail wegschmeißen. Ich habe es bis heute aufgehoben und auch ausgedruckt, weil nicht, dass ich es mir angucken kann, sondern da kommt man da von dem Thema, dass einem geklaubt wird. Weil wie wenig Beweismittel hat man in der Hand und man ringt für jedes Kleinste. Und das ist so, wo ich sage, Ich denke, das ist aber ja wahrscheinlich in jeder Familie so, dass es irgendwie einen Unterschied gibt, wie man sich verhält, wenn andere dabei sind. Wenn Nachbarn zu Besuch kommen, bei uns nicht besser. Bei Ihnen kommen ja keine Nachbarn. Ja, super. Mittlerweile schon. Jetzt kommt das ganze Dorf. Das ganze Dorf kommt mittlerweile. Also insofern, es gibt Unterschiede. Wenn Fremde dabei sind, benutzt man sich meistens etwas besser. Und das hat ihre Mutter auch gemacht. Und deswegen ist das dann häufig auch nicht glaubhaft, wenn jemand hört, was da innerhalb der Familie passiert. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit für die Ämter. Aber was muss denn passieren? Es kann ja kein Zustand sein, dass da Gewalt ist, dass da Missbrauch ist, dass die Kinder sich nicht trauen, was zu sagen. Und dass, wenn sie was sagen, dass sie nicht gehört werden. Was muss denn passieren, dass sich das ändert? Das Schlimmste muss passieren. Und das ist leider heute Gottes so, auch wenn häusliche Gewalt oder sowas ist. Man muss krankenhausreif geschlagen werden, zum Beispiel, damit wirklich eingegriffen werden kann. Sie sitzen heute hier. Mhm. Wie geht's Ihnen denn heute mit all dem? Wie sehr trägt es immer noch sich in Ihr Leben hinein? Wie viel haben Sie schon hinter sich gelassen? Ich habe die komplexe posttraumatische Überlastungsstörung, das ist schon die schwerste Form, natürlich, ja. Für mich ist jeder Tag ein Kampf ums neue Überleben. Ich erkämpfe mir mein Leben. Es geht mal gut, mal schlecht, aber das ist, ich versuche einfach, mein Lachen weiterzubehalten und einfach Dinge weiterzugeben. Das ist so eine Aufgabe für mich, die mich am Leben hält. Noch eine kleine Ergänzung, wir sehen Max da bei Ihnen zu Füßen liegend. Wie hat er Ihren Alltag verändert? Wie hilft er Ihnen bei all dem? Er ist ja für diese Erkrankung ausgebildet und er kam 2015 zu mir und ich hatte davor wirklich noch Phasen, ich konnte nicht mehr einkaufen, gehen, ich konnte nicht mehr unter Menschen nichts mehr und er hat es wirklich geschafft, soweit, dass ich mit seiner Kenndecke wirklich in den Einkaufsladen gehe, mich bewege, einkaufen gehe, auch mal zum Fest gehe oder wie jetzt auch hierher, ja, und das ist so viel Lebensqualität, die ich durch ihn dazu gewonnen habe, was ich nicht mehr missen will. Wir lassen Ihnen da in Ruhe, aber nicht mehr, dass ich das angekommen bin. Sie sind heute Selbstmütter, Selbstmütter. Ja. Setzt man sich da ganz natürlich so das Ziel da, ich möchte es jetzt auf jeden Fall alles besser machen? Ich habe es mit so einem Ziel ganz schnell gemacht, dieses, ich werde niemals so wie meine Mutter, ich werde besser. Was ist für Sie eine starke Mutter, wenn Sie es sagen? Ähm, einfach für meine Kinder dann da zu sein, wenn sie mich auch brauchen. Ja, also, oder sie aufmerksam zu machen, wenn halt mal was nicht gerade so in Ordnung geht, einfach die Fürsorge. Sie wissen, bei mir sind sie sicher. Und ich glaube, das ist einfach, was Kinder wirklich brauchen. Zu wissen, sie sind zu Hause sicher. Also, nach dem, was Sie uns alles hier erzählt haben, ist es, glaube ich, klar, dass es kein einfacher Weg war und ist, hin zu einem normaleren, auch unbeschwerteren Leben zu kommen. Wir können Ihnen nur für die weiteren Schritte alles, alles Gute wünschen und noch mal Danke sagen. Sie haben gesagt, Sie wollen sich dieses Leuchten, das Lachen behalten. Das finden wir wunderbar und danke für den Mut, Ihre Geschichte hier zu erzählen. Danke. Herr Gruber, auch das Verhältnis zu Ihrer Mutter prägt Ihr Leben, hat es geprägt, prägt es immer noch. Da ging es um fehlende Aufmerksamkeit, es ging auch um ein Lügengebilde, das Sie aufrechterhalten mussten. Aber beginnen wir auch bei Ihnen früher. Sie sind in Wien aufgewachsen, aber Sie waren schon auch in Ihrer Kindheit fast immer nur am Wochenende bei Ihren Eltern. Warum war das so? Meine Eltern haben beschlossen, dass sie nur Wochenendeltern sein wollen. Und dazu muss man aber auch sagen, dass die Beziehung zu meiner Mutter schon von Anfang an ziemlich schwierig war, weil sie bei der Geburt fast gestorben wäre. Sie, die Nachgeburt war mit der Gebärmutter verwachsen und das ist dann nicht richtig abgegangen und sie hatte eine blutende Wunde im Bauch und ist fast verblutet. Und ich hatte Fruchtwasser in der Lunge und wir wurden sofort getrennt nach der Geburt. Ich war im Brutkasten und sie musste sich von dieser schweren Geburt erholen, wo sie fast gestorben wäre. Und das, ich weiß nicht, wie sehr das eine Beziehung prägt, aber ich führe das auch darauf zurück, dass dieses Bonding dann schon einmal schlecht war. Und dann kam aber hinzu, dass meine Mutter bis zur Schwangerschaft als Prostituierte gearbeitet hat. Das habe ich erst viel später erfahren. Und sie versucht hat, das dann nach meiner Geburt in irgendeiner Form weiterzumachen, zwar nicht mehr auf der Straße, aber bei sich zu Hause. Und da hat sie dann festgestellt, dass, wenn sie Männer nach Hause holt, und ich bin im Haus, dass erstens einmal die Männer das nicht wollen und ich jederzeit stören könnte. Und da war sehr bald klar nach zwei Monaten, ich muss weg. Aber das alles wussten Sie ja als Kind nicht. Für Sie war dann klar, ich bin nur am Wochenende bei den Eltern. Später waren Sie dann bei einem älteren Ehepaar, bei dem Sie sich auch ganz wohlgefühlt haben. Das waren schon sowas wie Ersatzgroßeltern. Also bis dahin war die Kindheit zwar anders, weil nur am Wochenende bei den Eltern aber ganz in Ordnung. Aus meiner Sicht, die Zeit, wo ich begonnen habe, mich zu erinnern, war ich bei diesem alten Ehepaar. Das wurde damals über die Fürsorge organisiert. Und die hatten zwei Enkel, die sie selber großgezogen haben von vier Enkeln. Und ich habe mich dort wohlgefühlt. Also meine Welt war eigentlich in Ordnung anfangs, ab meiner Erinnerung. Dann gab es allerdings eine abrupte Veränderung. Sie wurden eingeschult. Sie kamen in ein katholisches Internat, wieder natürlich, weil Sie nicht zu Hause sein konnten, wie Sie heute wissen. Wie war es da für Sie? Was hat sich da verändert? Also der Schuleintritt war für mich die Hölle. Das weiß ich jetzt im Nachhinein, das war wirklich traumatisch. Meine Eltern haben mich einfach aus dieser Umgebung herausgerissen, wo ich mir, wo ich gefühlt einfach, ich habe auch zu den Opa und Oma vorgesagt und die Enkeln waren wie Geschwister. Da wurde ich rausgerissen und einfach in ein riesiges Gebäude gebracht, wo es geheißen hat, okay, heute ist Montag und am Freitagnachmittag sehen wir uns wieder. Und das war es. Und ich habe mich nicht ausgekannt, wo bin ich hier, was passiert hier, wem bin ich da anvertraut? Für mich war das nur ein riesiges Regelwerk und ich habe nicht verstanden, warum ich da jetzt sein muss. Das war für mich wie ein Gefängnis und ich habe nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe, warum ich da jetzt zahlen muss. Und so haben Sie das dann auch weiterempfunden, wie ein Gefängnis dort. Sie sind aber am Wochenende nach Hause. Ja. Am Wochenende, also am Freitagnachmittag habe ich nur auf die Uhr geschaut, wann kommen mich endlich meine Eltern abholen, weil das Wochenende haben Sie mich nicht gestaltet. Also da waren Sie ganz in Ordnung zu Ihnen und da waren Sie auch Mittelpunkt? Da war ich wirklich Mittelpunkt, ja. Also diese Zeit haben sich wirklich genommen und da haben sie auch versucht, frei herauszuhalten. Es haben zwar auch welche angerufen, aber meine Mutter hat immer gesagt, wie schwierig das für sie war, das irgendwie wenigstens am Wochenende freier freizuhalten. Hatten Sie denn das Gefühl damals, was haben Sie denn gesagt, Ihre Eltern, wenn Sie gesagt haben, ich will da nicht wieder hin, das ist ja schrecklich, ich fühle mich wie im Gefängnis. Meine Eltern haben mir das Gefühl gegeben, es gibt keine Alternative. Das muss so sein. Und ich habe das einfach akzeptiert. Als gegeben. Haben Sie denn das Gefühl gehabt, Sie sind schon ein ganz wichtiger Teil, vielleicht sogar der Mittelpunkt im Leben Ihrer Eltern oder mehr so ein Randaspekt? Also am Wochenende war ich das Wichtigste, aber das Schlimme war, dass genau diese Menschen, die mich am Wochenende so nett behandeln, wo ich mich auch wohlgefühlt habe bei Ihnen, am Montag in der Früh wieder wohin gehen, wo ich einfach wirklich es gehasst habe, dort zu sein. Es war eine katholische Privatschule und es war wirklich ein kalter Mief dort, also wirklich gefühlt los und kalt und nur Regeln und nur funktionieren. Mit 14 haben Sie dann irgendwann gesagt, das ist Schluss, da gehe ich nicht mehr hin und sind nach Hause. Das war dann allerdings mit einem Schlüsselerlebnis verbunden. Sie haben mit einem Freund der Familie geredet und... Es war so, dass ich dann in die Pubertät gekommen bin und realisiert habe, es gibt sicher Alternativen. Also es kann, das kann nicht sein, dass meine Eltern sagen, das muss so sein und es gibt keine andere Möglichkeit. Und wie ich Sie damit konfrontiert habe, ich kann dort nicht mehr sein, haben Sie gesagt, ja dann, oder hat eigentlich meine Mutter eingefädelt, dass ich zu einem Freier komme, mit dem sie auch ein väterliches Verhältnis hatte und er hat ihn gebeten, bitte sag ihm das doch, dann können wir ihn aus der Schule nehmen und dann kriegt er das zwar mit, aber ich schaff's nicht. Meine Mutter war da Schlüssel und Schlüsselfigur. Sie hat gesagt, sie hat das auch eingefädelt und hat gesagt, bitte mach das und sag das. Was hat er Ihnen dann genau gesagt? Er hat gesagt, okay, du bist jetzt hier, ich muss dir eine traurige Wahrheit sagen oder halt eine Wahrheit, aber dann sage ich dir auch gleich die ganze Wahrheit, dein Vater ist auch nicht dein Vater, zusätzlich zu dem. Und das war für mich wirklich so wie aus heiterem Himmel, oh Gott, was ist da jetzt los? Aber gleichzeitig habe ich gewusst, mit dieser Erkenntnis und mit der Akzeptanz dieser ganzen Situation bin ich jetzt frei. Ich komme raus aus dieser Schule. Und damit habe ich mir quasi ein Stückchen Freiheit in meinem Leben erkauft, mit dieser Akzeptanz und mich meine Mutter abgeholt hat und ich sie gefragt habe, was soll das, was ist das, was soll das? Hat sie gesagt, ja, ich wollte eigentlich nicht, dass er das Zweite auch noch sagt, aber jetzt, wo du es weißt, bitte behalt es für dich, weil dein Vater, bis zu dem Tag Vater, ich habe auch Papa zu ihm gesagt, ich habe auch diese viertelichen Gefühle gehabt für ihn, der ist unberechenbar. Der hat auch schon mal auf mich geschossen, weil er auf etwas draufgekommen ist, was ihm nicht gefallen hat, er sich betrunken hat und dann hat er auf mich geschossen, weil er war Taxifahrer, es gab eine Waffe im Haus, deswegen auch, also legal und dann hat er auf mich geschossen, aber daneben geschossen. Und deswegen, er bringt sich, mich, dich oder uns alle drei um, wenn er das erfährt, vielleicht, und deswegen ist es besser, wenn er es nicht erfährt. Und was hat das dann mit Ihrem Verhältnis zu Ihrem Ziehvater gemacht, jetzt zu wissen, er ist nicht Ihr Vater, er weiß es aber nicht, Sie müssen mit dieser Lüge leben und das hat uns also langfristig auseinandergebracht. Ich habe natürlich noch die Gefühle gehabt zu ihm wie die ersten 14 Jahre, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich konnte mich einfach nicht mehr identifizieren mit ihm und ich konnte ihn nicht mehr als Vorbild sehen für mich, sondern habe mir als nächsten Gedanken immer gedacht, ja, eigentlich, wahrscheinlich ist er es ja gar nicht und deswegen muss ich mir auch nichts sagen lassen. Waren Sie denn sauer auf Ihre Mutter, dass sie Sie so lange belogen hatte? Sauer. Boah, das ist schwierig. Oder enttäuscht? Die Beziehung zu meiner Mutter, sie hat mich da so in ihr Vertrauen gezogen wie einen Kumpanen, so, ja, das muss unter uns bleiben, da müssen wir jetzt zusammenhalten, eher in die Richtung. Und deswegen habe ich mich da auch fast ein bisschen vielleicht so mit einer Verantwortung gefühlt, boah, da ist jetzt so viel Verantwortung und ich darf sie da jetzt nicht enttäuschen. Was mir auch sehr bekannt vorkommt, ist dieses Gefühl, von ich verdiene es nicht anders, so behandelt zu werden, gerade in der Schule, im Internat und scheinbar muss ich nur besser werden. Ich muss besser werden, damit ich endlich so behandelt werde, wie jedes andere normale Kind auch, das bei den Eltern sein kann und habe auch einen extremen Ehrgeiz und wirklich entwickelt, gut in der Schule zu sein, war ich dann auch. Aber es war immer mit sehr viel Anstrengung verbunden. Wie wichtig war Ihnen, dass in der Schule niemand erfährt, was Ihre Mutter macht, dass sie zu Hause freier empfängt und all das? Das war mir sehr wichtig, weil ich wollte ja eigentlich dann nur normal sein und dazu gehört auch, dass man einen normalen Freundeskreis hat. Ich habe dann die Schule gewechselt, bin in eine Schule gekommen, wo ich natürlich einmal der Neue war, dann strengt man sich noch mehr an, dann hat man schon langsam, baut man Freundschaften auf. Und dann denkt man sich, okay, jetzt funktioniert das halbwegs für mich, aber wenn das rauskommt, dann ist alles wieder kaputt. Und ja, war eben Teil dieser Lüge und musste da auch selber in meinem eigenen Interesse mitspielen. Wie war das denn dann? Sie sagen, Sie hatten sich die Freiheit erkauft. Sie waren froh, dass Sie nicht mehr in dem Internat waren. Aber Sie waren zu Hause und die Freier kamen ja jetzt auch. Die sind, glaube ich, mit in den Keller da meistens? Genau. Wohin da? Da gab es einen Saunabereich und in dem Saunabereich gab es eben auch einen so einen Liegebereich, wo man sich dann nach der Sauna hinlegt und entspannt. Und das war halt auch der Arbeitsplatz meiner Mutter. Aber diese Leute, die wurden dann immer weniger mit den Jahren, die sind einfach mehr oder weniger ausgestorben. Und dann kam die Situation, kurz nachdem ich dann eben in Freiheit war, die Situation, dass Sie gesagt haben, das Geld wird immer knapper, jetzt muss die Mama wieder auf die Straße. umso größer die Gefahr, dass irgendeiner meiner Freunde oder die Eltern meiner Freunde sie dort stehen sehen. Vielleicht haben Sie es auch gemacht, aber es hat mich niemand damit konfrontiert. Weiß ich bis heute nicht. Haben Sie sie denn dort mal gesehen? Ja, ich war dann schon erwachsen, hatte ein eigenes Auto, war in der Gegend unterwegs und habe gedacht, ich muss mir das einmal anschauen. Ich muss dieses Bild bekommen von ihr dort stehend, weil das ja, und auch das hat sie auch selber so beschrieben immer, dass die Familienmutter und die Frau dort, das sind zwei verschiedene Personen. Ja, und mich hat das einfach interessiert zu sehen. Wie haben Sie das denn ausgehalten? Also ist das nicht ein bisschen viel für jemanden mit 14 Jahren? Ich habe schon damals beim Schuleintritt habe ich eine Essstörung gehabt. Also meine Reaktion auf den Schuleintritt war, ich kann nicht essen, mir wird nur schlecht beim Gedanken. Und ich musste aber, weil das war Teil dieses Funktionierens dort und habe irgendwann einmal gegessen und habe so getan, als wäre der Arm und ich, das ist nicht dasselbe, so eine Art Abspaltung. Das passiert mir, aber ich bin es nicht. Und genauso habe ich das dann irgendwie versucht, mit dieser Strategie zu lösen, dass ich einfach sage, das hat zwar alles irgendwas mit mir zu tun, aber eigentlich ist das ihr Leben und das macht sie. Und ich bin zwar da drinnen und bin noch in dieser Abhängigkeit, weil ich noch nicht erwachsen bin, aber sonst hat das nichts mit mir zu tun. Ich glaube, das war relativ gesund in der Situation und habe auch gleichzeitig gewusst, ich gehe jetzt nur mal nach Hause, wenn es notwendig ist, zum Essen, zum Schlafen, zum Geld holen, zum Duschen und sonst treibe ich mich rum, wie ich will. Und ich habe auch eine gewisse Selbstständigkeit lernen müssen, sehr früh. Dieses Gefühl, auf mich allein gestellt zu sein, war sehr früh da und diese Selbstständigkeit, also ich habe dann gemacht, was ich wollte und meine Eltern haben gesagt, solange das in der Schule passt, kannst du machen, was du willst und das habe ich gemacht und es hat funktioniert. Ist das eine Strategie, woanders sich dann eben das zu holen? Ja, naja, Sie haben es ja bekommen von diesen Pflegeeltern oder wie man sie nennen sollte zunächst. Also insofern haben Sie da schon mal eine ganz gute Basis gehabt, würde ich vermuten. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn man noch mal aus einer anderen Perspektive auf Ihre Mutter schaut, dann glaube ich schon, dass das eine liebende Mutter ist oder war. Erstens hat sie sie bekommen, obwohl, wenn sie als Prostituierte arbeitete, sie sicherlich gewusst hätte, wie sie das vermeiden konnte. Also insofern hat sie sich für sie entschieden. Und sie in das Internat zu geben, im Internat leiden, viele Leute nebenbei gesagt, ja, also es war nicht ein sadistischer Akt, sondern das war womöglich auch ein Versuch, das Beste für sie zu tun, damit sie am Wochenende eine liebende Mutter sein kann. Und sie hatte dasselbe gemacht, diese Spaltung zwischen zwei Personen, wie sie es nennen. Dass das ein Schock war für sie, ist, glaube ich, jedem nachvollziehbar. Aber sie hatten eine liebevolle Beziehung zu dem Vater, den sie Vater genannt haben. Weil das hängt ja nicht von der Biologie ab, ob man eine Vaterbeziehung hat zu jemandem oder nicht. Und der war da. Allerdings wurden sie dann, denke ich, massiv überfordert, dass sie jetzt die Verantwortung dafür hatten, dass nichts Schlimmes passiert, dass er sich nichts antut, und dass er nicht Amok läuft und was auch immer. Und das alleine hinzukriegen, kann ich Ihnen nur Komplimente machen, wie Sie das hingekriegt haben. Und ich glaube, diese Trennung, hier bin ich der, und das ist meins, da sind Sie also auch sehr früh in so eine Autonomie gegangen, haben sich abgegrenzt, was womöglich auch eine Chance für Sie war, weil Sie Dinge gemacht haben, die andere erst zehn Jahre später machen. Sie sind dann irgendwann zu Hause raus, Sie sind in einem Beruf gestartet, haben studiert, haben als Sozialpädagoge gearbeitet, haben auch eine Therapie begonnen, haben dann auch eine langjährige Beziehung gehabt und hatten sogar einen Stiefsohn in dieser Beziehung. 2009 ist dann Ihr Ziehvater, Ihr sozialer Vater gestorben. Was hat das mit Ihrer Mutter gemacht? Ja, meine Mutter war es gewohnt, dass sie immer alles managt und sich um alles kümmert. Und er war dann am Ende schwer krank, ein Jahr lang, hat sie sich auch noch gekümmert, und in dem Moment, wo er weg war und ich ausgezogen war mit meiner eigenen Familie, hatte sie einfach keine Lebensaufgabe mehr. Und sie hat dann zwar alleine in dem Haus gewohnt, aber es ging eigentlich immer schlechter. Und sie hat immer weniger getan, hat dann immer weniger das Gefühl gehabt, sie muss zum Beispiel Wäsche waschen oder Staub saugen oder so. Und das ist dann noch schlimmer geworden, dass sie irgendwann einmal dann sogar Angst hatte, einkaufen zu gehen. Und ja, dann hat sie noch einmal angeboten, dass wir damals noch eben mit der Frau, mit dem Kind zu dritt bei ihr einziehen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, weil das ist ja dasselbe Haus von damals. Also ich wollte einfach nichts mehr damit zu tun haben. Und dann hat sie extrem abgebaut, aber sie hat sich nicht anvertraut. Also sie hat, wir waren auch regelmäßig mit ihr essen, zu Feiertagen und halt zu irgendwelchen Anlässen. Und da ist sie auch nach Wien mit dem Auto gefahren noch. Sie hat sich nichts anmerken lassen, aber innerlich ging es steil mit ihr bergab. Und dann hat sie einfach beschlossen, okay, ich mache mich einfach sang- und klanglos vom Acker quasi. Was heißt das? Und ich nehme Tabletten und ich bin weg. Das war ihr erster Selbstmordversuch, ja. Und? Das war 2013, glaube ich. Und als Sie davon erfahren haben, was hat das dann in Ihnen ausgelöst? Haben Sie dann das Gespräch mit ihr gesucht? Sind Sie sich dann näher gekommen? Was haben Sie da gemacht? Was haben Sie da gemacht? Na ja, es gab dieses Gefühl von natürlich zuerst habe ich was falsch gemacht. Dann das Gefühl, wie sehr muss ich mich jetzt kümmern? Ich habe es selber nicht leicht. Und sie hat mich eigentlich in ihr Loch gerissen. Somit, ja. Also sie hat mich da mit reingerissen und ich war plötzlich in einer Situation, wo ich wieder überfordert war. Und das, also das war nicht der einzige Grund, aber ich hatte es sowieso schon schwierig in meiner Beziehung mit dem Kind. Und dann bin ich einfach so ein bisschen weggebrochen aus dem Ganzen. Und die ganze Stabilität dieser Dreierbeziehung hat dann auch sehr darunter gelitten. Und letztendlich kam es dann auch da zu einer Trennung. Also ich, es war dann so, dass sie, es war nicht der einzige Selbstmordversuch. Nach dem Zweiten wurde sie dann entlassen aus der Psychiatrie mit einer 24-Stunden-Betreuung. Da hat sie mich dann auch permanent angerufen und gesagt, das passt alles nicht. Und wie ich dann gesehen habe, wie wenig oder schlecht sie sich kümmert, oder aus meiner Sicht halt, habe ich dann letztendlich mich dazu durchgerungen, doch wieder die Verantwortung an mich zu reißen und bin jetzt hier Sachwalter und kümmere mich jetzt um das Notwendigste für Sie. Frau Ziegler, sehen Sie da auch gewisse Parallelen, einfach auch in der Schwierigkeit, wirklich seinen eigenen Weg zu gehen, doch immer wieder da in die Nähe zu kommen und in eine gewisse Abhängigkeit, oder wie man es auch beschreiben könnte? Ja, das ging bis 2009 so, ja. Und dann war irgendwann dann wirklich der Cut. Und es gibt natürlich auch Phasen in der Therapie, wo es einem erst gut geht und dann fällt man erst mal komplett in ein Loch. Ja, also man hat keine Kraft, man denkt sich, was ist denn jetzt hier los? Mir soll es doch hier jetzt gut gehen. Und so eine Phase hatte ich natürlich auch, wo ich zu Hause war und dachte, ich brech das hier ab, ich stehe das nicht durch, es geht mir einfach nur noch schlechter. Und da sagte dann, ja, meine Mutter zu meinem Ehemann, soll ich das abbrechen, soll er mich zwangseinweisen lassen, soll auch alles abgeben, also, dass ich nur noch rauskäme, wenn ich wieder gesund wäre. Und das war für mich in dem Moment dieser Punkt, wo ich gesagt habe, diese Frau ist nicht nur meine Mutter, sondern diese ist nur meine Erzeugerin. Weil man muss sich den Namen Mama wirklich verdienen. Ja, und das war dann, wo ich gesagt habe, fertig. Und das habe ich bis auch heute komplett durchgezogen. Wo stehen Sie heute im Verhältnis zu Ihrer Mutter? Also, Sie beschreiben das ja so, Sie sind immer noch in der Verantwortung. Ja, und ich versuche ein Leben zu leben abseits von Ihren Tiefen. Aber es gibt immer wieder Überschneidungspunkte, wo sie anruft, oder wo wir uns einfach ausmachen, dass wir uns sehen. Und da konfrontiert sie mich halt unverblümt mit allem, was sie beschäftigt, unreflektiert. Ich habe auch, also, da sind Sachen dabei, wie kann ich es denn das nächste Mal richtig machen, damit es auch wirklich funktioniert. Wie kann ich das nächste Mal Suizid richtig machen? Ja, genau. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, das gehört nicht an meine Adresse, solche Sachen. Und das zeigt mir nur, wie unreflektiert sie eigentlich noch immer ist. Und sie sagt auch, sie weiß, dass in meiner Kindheit viel falsch gelaufen ist, dass sie sich dessen bewusst, weil sie jetzt mittlerweile mehr weiß, weil sie sich selbst damit beschäftigt hat. Aber in der Situation würde sie heute genauso handeln, weil es wäre nicht anders gegangen. Das ist halt etwas, das muss ich so akzeptieren. Also, in den Augen ihrer Mutter ist sie selbst eine starke Mutter gewesen? Ja. Deswegen, das war auch mein Eingangstatement vor, also mein Kommentar dazu. Und in Ihren Augen, wie würden Sie das sehen? Was ist für Sie eine starke Mutter jetzt nochmal? Man muss das alles im Ganzen sehen. Man muss Ihre Vergangenheit sehen, man muss die Zeit sehen, die wir gemeinsam hatten und man muss das jetzt sehen. Und letztendlich hat Ihr Verhalten auf mich einen Einfluss gehabt, dass ich gelitten habe. Es gibt Narben, aber ich werde das nie vergessen, aber ich glaube, in meinem eigenen Interesse muss ich irgendeine Form von Verzeihung finden. Meine Zukunft ist noch nicht geschrieben und da möchte ich jetzt eben selbst das mitgestalten. und meine Mutter ist ein Teil davon, aber sie wird nicht meine Zukunft bestimmen. Sie sind verheiratet. Seit drei Jahren ungefähr. Denken Sie jetzt auch an Kinder? Sind Sie offen für, Sie haben gesagt, die Zukunft gestalten, sind Sie offen für all das, auch was das Leben an schönen Dingen zu bieten hat? Ja, ich finde, dass das, was das Leben an schönen Dingen zu bieten hat, kann ich jetzt gerade genießen mit meiner Frau zu zweit. Das heißt aber nicht, dass wir nicht irgendwann einmal sagen, wir haben jetzt einen Raum geschaffen oder eine Zweisamkeit geschaffen, die eine dritte Person gut verträgt. Und deswegen ist es auf jeden Fall nicht gegessen, aber es ist momentan ja, noch nicht so akut. Wobei, ja, das Alter ist natürlich eine Grenze, ja. Das ist klar. Also, wenn ich mal was sagen darf, ich finde... Jederzeit. Oh, danke. Naja, ich finde so, bei beiden, ja, also, welche Verantwortung man diesen Kindern aufgedrückt hat, ne? Und diese Lügengerüste, die entstanden sind, mit welchem Paket die leben müssen und auch gerade speziell bei ihm. Also, die Mutter hat sich ja selber durchs Leben irgendwo Geschichten erzählt, um da zu sein und um gelügen, es wurde gelogen und gelogen und gelogen und auch immer diese Entschuldigung und plötzlich will sie jetzt die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen. Also, eigentlich hätte er ja mal auch, eigentlich müsste er ja mal im Mittelpunkt stehen bei der Mutter, dass sie auch mal sagt, Mensch, ich habe Mist gebraucht. Ich glaube, das wäre so wichtig, dass sie auch mal einen Fehler eingesteht und sie sagt ihm aber knallhart ins Gesicht, ne, ich will nicht heute weitermachen, ne? Also, dann denke ich auch so, mein Gott, einfach mal sagen, es tut mir leid, das ist ja auch schon mal viel wert oder ich habe Fehler gemacht und dann kriegt er wieder den Stempel und jetzt ist die Mutter da und sagt, ey, ich will mich mal eben umbringen, wie soll ich das machen? Also, schon wieder ist es für mich so eine Art Missbrauch, ne? So psychischer Missbrauch, sie lässt ihn einfach nicht los, ne? Aber ich finde das Stichwort, was Sie gegeben haben, Zukunft. Also, natürlich bestimmt unsere Vergangenheit zum guten Teil, wer wir hier und heute und jetzt sind. Aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft, weil wir können uns hier jetzt für eine andere Zukunft entscheiden. Und das haben Sie getan, indem Sie gesagt haben, ich mache jetzt Schluss mit meiner Mutter. Das heißt, Sie versuchen nicht mehr, die Vergangenheit zu verändern. Und Sie schauen, dass Sie eine andere Zukunft haben und ziehen einen Strich drunter und machen das Beste jetzt draus. Und natürlich kann man diese Vergangenheit auch unterschiedlich erzählen. Und die Mutter wird sich das so erzählen, dass es nicht anders ging, weil sonst könnte sie wahrscheinlich nicht weiterleben. Das hätte sie vorher schon nicht weiterleben können, wenn sie sich nicht gesagt hätte, wir hatten ja keine Möglichkeiten, weil sie will auch eine gute Mutter sein. Und deswegen sollten Sie ihr diese Erzählung auch lassen und nicht jetzt sagen, jetzt gibt doch endlich zu, das haben Sie nichts von. Also letztlich geht es darum zu schauen, wie kann es weitergehen und wie wollen Sie weiterleben mit Ihrer jetzigen Familie oder Sie mit Ihrer jetzigen Familie. Und natürlich, die Vergangenheit wird man nicht los, die schleppt man mit sich rum, aber sie muss nicht die Zukunft bestimmen. Und ich glaube, dass Sie die mit... Ja. Eigentlich bestimmt nichts hinzuzufügen. Deshalb kommen wir doch zu Ihnen, Frau Nachbarn. Wir haben von Ihnen ja schon erfahren, dass Ihr Verhältnis zu Ihrer eigenen Mutter nicht leicht war. Sie haben dann aber irgendwann selbst Familie gegründet. War das so ein bisschen auch wie bei Ihnen, Frau Ziegler, dass Sie gesagt haben, jetzt will ich es aber besser machen? War das von Anfang an der Anspruch? Ja, das ist so. Man lernt ja aus die Fehler von den anderen. Und ich wollte das so nie machen. Sie haben ja auch geheiratet, haben dann auch ein Kind bekommen, einen Sohn. Die Ehe ist auseinandergegangen. Sie haben aber wieder geheiratet, haben dort noch zwei weitere Kinder bekommen. Sie sind dann auch mit Ihrem Mann und Ihrer Schwiegermutter zusammengezogen. Da war viel Arbeit angesagt auf diesem Hof. Wie war denn Ihr Draht so gegenseitig? Also wenn ich jetzt Revue passieren lasse, damals war es ganz schwierig. Aber ich glaube, den Anforderungen meiner Schwiegermutter, egal wer, wäre keine Frau gerecht geworden. Natürlich war die Konstellation äußerst schwierig. Ich habe ein Kind gehabt, einen Stefan, mein Sohn, meinen Ältersten, aus der ersten Ehe. das ist natürlich ganz schlimm, in eine Landwirtschaft zu heiraten. Geschieden und ein Kind und kein Vermögen. Und das in Bayern. Da können Sie sich vorstellen. Bringt nichts mit. Ein Kind. Und das gehört auch noch gefüttert. Und das hören Sie dann auch noch mal jeden Tag an. Das haben Sie jeden Tag dann quasi immer wieder aufs Butterbrot geschmiert? Jeden Tag, ja. Ziemlich jeden Tag, ja. Zermürbend? Ja, das ist zermürbend. Aber wir wollen ja auch über Ihre Tochter reden und über Ihren Einsatz für Ihre Tochter. Sie hatten drei Kinder. Hab ich noch. Haben Sie noch? Die jüngste, immer noch, zum Glück, muss man dazu sagen, Katharina. Wann haben Sie gemerkt, dass mit ihr irgendwas gesundheitlich nicht stimmt, dass da was nicht in Ordnung ist? Das war das letzte Jahr im Kindergarten. Eigentlich habe ich es vorher schon. Leicht. Aber Katharina ist ein sehr ruhiges Kind gewesen, immer schon, auch heute noch, sehr introvertiert. Und die war immer sehr ruhig zurückgezogen. Aber irgendwann habe ich mir Gedanken gemacht, jedes Kind will doch schwimmen gehen. Jedes Kind will doch Radl fahren, jedes Kind will Roller fahren, jedes Kind will Schlitten fahren. Und das wollte sie alles nicht. und irgendwann habe ich auch so das Größenverhältnis hergestellt zwischen Michael und Katharina. Die sind ja ein bisschen ein Jahr auseinander. Sie sehen hier übrigens auch mal Bilder der Kommunion. Sie ist die Vierte von links. Da sieht man schon, es sind nicht Zentimeter, die sie von anderen unterscheidet, sondern das ist richtig, richtig deutlicher Unterschied. Und genau zu dem Zeitpunkt, wie ich das so wahrgenommen habe, ist das Komma, dass sie erbricht, dass sie schlapp ist, dass sie kaputt ist. Ja, dann geht es zum Kinderarzt. Na ja, Frau Nachtmann, Sie müssen Ihren Tochter ein bisschen mehr in die Luft aus da. So gesehen, wir haben Landwirtschaft, die hat genügend Luft. Ja, mit zwei Brüdern, das ist nicht einfach. Gut. Also solche Diagnosen kamen da. Das waren die ersten. Sie hat ja auch an Sehkraft verloren. Was gab es da dann für eine... Nein, Sehkraft hat sie nicht verloren. Ja, oder... Ich bin bei der Terrassentür rein und die Katharina sitzt da und irgendwann merke ich, sie hat Pumuckl gehört, Pumuckl. Merke ich, dass sie mich so spät bemerkt. Ich war schon fast vor ihr. Ah, Mann! Und dann bin ich mit ihr zum Augenarzt. Und dann habe ich halt den Augenärzt in der Zeit, also mir fällt das auf und die Katharina, egal, was sie macht, sie... Der Stefan zum Beispiel, ja, Gruzzi, in jedem Fall rum, stehst du schon wieder im Weg. Sie hat ihn einfach nicht gesehen. Und dann sage ich das zu der Frauenärztin, erkläre ich ihr das ganz genau, wie das so ist. Und dann sagt Frau Nachmann, Katharina hat irgendeine Mitschülerin, da war es dann mittlerweile schon in der Schule, eingeschult worden, eine Brille. Dann sagt Katharina, fatalerweise. Ja, der Regina, sehen Sie, Frau Nachmann, das ist das. Kinder neigen dazu, wenn andere entweder eine Zahnspange, also ich hätte nie eine wollen, oder eine Brille haben, auch eine Brille haben wollen. Jetzt gehen Sie mal, holen Ihre Tochter eine Brille, wichtig ist in Ihrer Farbe, mit Fensterglas, und Sie werden sehen. Mit Fensterglas. Mit Fensterglas. Und ich, ja, mach das noch. Glaubt mir ja, am Anfang, kann ja alles sein. Dann sind wir gleich zum Optiker gegangen, eine mintfarbene Brille. Wichtig ist, die Brille hat ihr gefallen. Das gleiche Problem. Mama hat sich aber jetzt auch nichts. Ja, sag ich, das ist mir auch klar. Also das heißt, Sie kriegen mit, sie, sie ist kleiner, sie hat Kopfschmerzen, sie nimmt Dinge spät, weil Sie merken, da ist irgendwas. Hatten Sie denn irgendwann das Gefühl, die Ärzte nehmen Sie gar nicht mehr ernst mit dem, was Sie da beschreiben? Ärzte sind auch nur Menschen. Ja. Und ich sag's immer wieder, es gibt gute Schreinergarten, gibt gute Mauerer, gibt gute Maler, gibt gute Ärzte, gibt schlechte Ärzte, gibt miserable Ärzte. So leid es mir tut. Ich hab die Miserabelsten erwischt. Ja, ist einfach so. Und wissen Sie, es ist dann so, da kommt die Diagnose irgendwann, psychisch stabil, Lebensmittelunverträglichkeit, laktosefrei, nur noch, nur noch, keine Nudeln, kein Reis, nichts mehr, keine Kartoffeln, nichts mehr, Lebensmittelunverträglichkeit. Dann denk ich mir, kurz in Fünferl, was soll ich dir da zum Essen geben? Ja, dann haben wir das probiert. Das Ende vom Lied war, hat auch nichts geholfen. Aus der Nautenkost, habe ich dann besorgt. Also, ging es ihr immer weiter schlechter? Ja. Ging es ihr denn immer schlechter? Es ging ihr immer schlechter. Inwiefern? Sie hat Kopfschmerzen gehabt. Zum Beispiel haben wir ein zweites Bett ins Kinderzimmer gestellt, weil sie hat in der Nacht erbrochen, und dann muss man sich ja ins andere Bett legen. Dann, das ist natürlich jetzt, mein Mann ist verstorben und man will ihm ja nichts irgendwie Schlechtes nachsagen, aber die Wahrheit verändert sich nicht. Auf alle Fälle, irgendwann hat er gesagt, ja gut, auf jeden Fall, du wärst doch nicht schlauer so wie die ganzen Ärzte, du bist wie eine Glocke. Dann sag ich, siehst du das nicht? Nein, er sieht nichts. Dann hat meine Schwiegermutter angeboten, Akupunktur. Ja, vielleicht hilft das. Dann hab ich zur Akupunktur gefahren. Dann hat sie zehn Sitzungen gemacht, dann hat sie mit der Oma gesagt, also meine Schwiegermutter und Katharina, geht es dir jetzt besser? Dann hat Katharina echt ja gesagt. Dann hab ich sie umgezogen ins Bett, sag ich, Katharina, schau mich an, geht es dir besser? Na, Ma, dann sag ich, und warum sagst du zu der Oma, dir geht es besser? Weil ich nicht mehr da hin will, weil die Nadeln so weh, der noch und weil die Oma gesagt hat, die Mama verbulvert das Ganze, diese Scheiß-Doktor-Heilpraktiker und überall, was hinläuft mit dir. So. Dann bin ich zu meiner Schwiegermutter, das hat sie natürlich nicht so gesagt. Und, wissen Sie, ist so, die Schulmedizin innen die Schubladen-Diagnose, ganz einfach. Passt man in das Raster, voll durch, passt. Passt man nicht in das Raster, dann wird man da hingeschickt. Es hieß ja dann irgendwann auch, wahrscheinlich simuliert sie einfach. Haben Sie denn, haben Sie das auch mal irgendwann gedacht? Haben Sie irgendwann mal gedacht, vielleicht ist da was dran? Nein. Sie haben immer an Ihre Tochter geglaubt? Ja, ein Kind lügt nicht. Ich hab's ja gewusst, ein Kind lügt nicht, warum sie die lügen. Sie haben auch nicht aufgegeben, Sie haben auf eigene Faust recherchiert, Sie haben sich Fachbücher besorgt, Sie haben sich in die Materie hineingearbeitet und das über Jahre. Ich glaub, erst mal Respekt für diesen Aufwand, den Sie da geschrieben haben. Und irgendwann, sieben Jahre später, haben Sie dann eine zutreffende Diagnose bekommen. Wie kam's dazu? Beschreiben Sie das mal? Soll ich Ihnen das jetzt beschreiben? Ja, das wär ganz gut. Wir sitzen in der Küche. Meine Söhne, Katharina, die ganze Nacht nicht schlafen. Der Michael und der Stefan spielen Fußball draußen im Hof. Die Terrassentür ist auf. Bumm, der Ball kommt rein. Stefan, Michael, gibts in Ruhe, Katharina schlaft oben, die ganze Nacht sind wir wach. So hat er gesagt, die Mutter. Jetzt pass einmal auf. In der Nacht sollen wir schlafen und am Tag sollen wir fliegen. Bloß wegen der Katharina. Alles wegen der Katharina. Und dann bin ich so sauer geworden, nicht auf den Michael, auf die ganze Situation. Wissen Sie, das ist nicht so, dass ich jetzt die Übermutter bin, aber man wird dieser Situation dann nicht mehr gerecht. Den Söhnen nicht, vielleicht auch der Arbeit nicht, sich selber nicht. Dann hab ich den Telefonhörer genommen und hab in der Kinderklinik Agrofon, ich weiß das noch so gut, und der hat mir echt zugehört. Das war der erste, einzige Mensch, ein Pförtner. Dann hat er gesagt, ja, Sie, da müssen Sie ja nicht in Pädiatrie, da müssen Sie ja in Endrochronologie, dann denken wir, Endrochronologie, was ist Endrochronologie? Ja, dann sagt er, das ist ja jemand für Hormone. Schrei ihn doch durch. Und das war im März, und dann hat das dauert bis Mai, dann haben wir dann einen Termin gekriegt. Das war auch bitter. Auf alle Fälle, so sind wir dann zu dieser Endrochronologin gekommen. Und wissen Sie, was das Traurigste war? Für mich war es das Traurigste. Dann war die Tür von der Pädiatrie und da war die Tür von der Endrochronologie. Also genau neben dem Ort, wo Sie immer waren? Immer, in dem gleichen Wartezimmer. Ja, dann haben Sie unseren Fragezeichen-Termin, es hätte Stunden dauern können. Haben Sie gesagt, kann es Stunden dauern, ich habe einen Fragezeichen-Termin. Das war egal. Hat nur eineinhalb Stunden gedauert. Da sind wir dran gekommen und das war dann eigentlich gigantisch. Die Ärztin hat zu Katrina gesagt, sie soll herkommen. Dann hat sie die Füße auseinander, sagt sie, Katrina, stell ich ihr her. Wo hast du Kopf? Und dann sagt, Katrina, da. Dann hat sie es weg mit der Krankenschwester, sie hat es angegriffen, sie soll es fallen, Blutabnehmer, das und das und das. Dann schaut sie mich an, dann sagt sie, Frau Nachtmann, Ihre Tochter hat einen Hirn- oder einen Hirnthymor. Da habe ich mir gedacht, ja spinnen die Hirn- und Nieren, wie geht das? Und dann hat sie es mir erklärt. Und erst nachher, als alles festgestellt war, hat sie mir, ich habe sie noch einmal gefragt, wie sie an diesem Tag, in diesen paar Minuten, diese Diagnose gestellt haben können. Dann hat sie gesagt, Frau Nachtmann, ich habe selbst eine Tochter, sie ist im Juni geboren, ihre im August. und da habe ich meine Tochter alleine schon vom Größenverhältnis und von der Gesichtsfarbe und was sie alles sagen, die in den Akten drin haben, kann es nur ein Hypophysentumor sein. Ja, so hat das dann nach sieben Jahren Und es war ein Gehirntumor? Es war ein sehr groß, es ist ein gutartiger Tumor, aber ein sehr mittlerweile großer Tumor, weil er lange gewachsen war. Eigentlich sollte er gar nicht mehr operiert werden, weil es hieß, er ist zum Beispiel es dann doch dazu gekommen, dass er operiert wurde. Das war im Mai. Und dann habe ich ihn zum Kernspiel mit der Katharina müssen. Dann hat sie gesagt, man muss jetzt sterben. Nein, habe ich gesagt, du stirbst nicht. Und dann haben sie keinen Operateur gehabt. Das weiß ich noch so gut, dann haben sie mir ja gezeigt, eine Klinik, die probiert es. Was? Probieren, habe ich gesagt, probieren. Das heißt, ihr wahnsinnig. Sieben Jahre haben wir doch schon probiert, jetzt wieder probieren. Nein. Ja, dann lebt sie Weihnachten nicht mehr. Und dann über eine Bekannte, ich bin dann heimgefahren, Katharina ist in der Klinik, mit einer Bekannten, die steht am Hof und sagt, und Geli, was ist jetzt mit der Katharina? Dann sage ich zu ihr, du stell dir mal vor, die sagen, die lebt Weihnachten nicht mehr und sie finden keinen, der diesen Tumor da rausdeckt, weil er zu groß ist. Und so viel schon kaputt gemacht hat. Dann nimmt die ihr Handy, vergisst es nie mehr. Dann sage ich, was machst du? Ich rufe jetzt meine Tante Bärbel in Freiburg an, die ist Professorin gewesen für her schwer, her hirndraumatisierte, die kennt Gott und die Welt. Und die nimmt ihr Handy und sagt, Tante Bärbel, hier ist Katharina, du, Geli, wie heißt der Scheißtum? Wie heißt das Scheißteil im Kopf von der Katharina? Also, wie kann ich auf eine Region? Tante Bärbel, ich reine auf eine Region, da kenne ich einen Spezialisten im Boston. Und so ist es dann gekommen, dann bin ich in die Klinik gefahren und habe dieser Ärztin den Spezialisten gesagt und der hat sich operiert. Dann hat er gesagt, die Katharina war die Herausforderung meines Lebens. Wie sehr haben Sie gebangt, als Sie da bei Ihrem Krankenbett gesessen haben? Wissen Sie, was der schlimmste Moment war? Der schlimmste Moment war die Einverständniserklärung unterschreiben, was passieren kann. 98% Exitus, also tot, und 99% blind. Ja, lieber blind, bevor tot. Ist so. Da gebe ich ganz ehrlich zu. Lieber blind, wie tot. Und dann überlegst, lebe ich jetzt vorbei noch bis Dezember mit ihr? Oder unterschreibe ich und ist womöglich gleich Schluss. Und das weiß ich noch so gut, ich bin dann in den Park gegangen und habe mich hingestellt und habe so hochgeschaut und ich bin ein sehr, ich sage jetzt mal, nicht esoterischer Mensch, aber sehr spiritueller. Jetzt hilft nur Hilfe von oben, jetzt haben wir es so weit geschafft und es kann, es kann, es kann nicht umsonst gewesen sein. Und dann habe ich unterschrieben. Mein Mann ja auch. Und wie ich sie dann auf der Liege zum OP hingefahren habe, ich bin ja bis zum OP hingefahren, dann schaut sie mich an und dann sagt der Pfleger der Jürgenfrauchnachtmann, Sie müssen jetzt gehen, hat sie gesagt, ich muss der Mom, ich muss der Mom noch was sagen. Dann habe ich gesagt, und dann hat er gesagt, ja, Katharina, sag ich es deiner Mutter. Mom, hat sie gesagt, Mom, du hast alles fotografiert und du musst weiter fotografieren und wenn ich, wenn ich nicht überlebe, das war für mich das Schlimmste, dann musst du zu den ganzen Lehrern, den Doktor gehen und musst denen sagen, dass ich keine Lügnerin und keine Simulantin nicht war. Das war der schlimmste Moment. Und dann haben sie es reingeschoben und dann sind die Türen zugegangen und dann habe ich mir gedacht, hast du jetzt richtige gemacht. Ja, das ist heute noch, ja, ich sage, so was ist wie Salzsäure, das frisst sich in einen. Aber jetzt im Nachhinein, ich tate das Gleiche immer wieder. Und man muss sagen, Sie haben mir mit dieser Beharrlichkeit das Leben gerettet. Das wollen wir nur mal zwischen uns festhalten. Nachdem, nachdem dann klar war, dass Sie ihr das Leben gerettet haben, nachdem klar war, dass Sie jahrelang zu Recht immer wieder neu gefragt haben, immer wieder neue Ärzte aufgesucht haben, nachdem klar war, dass da so ein großer Tumor war. Haben denn dann sich die Schwiegermutter und ihr Mann und so weiter entschuldigt? Haben die gesagt, Mensch, sorry, dass wir die ganze Zeit gesagt haben, das ist ein Irrweg, was machst du denn da? Bist du klüger als die Ärzte? Haben die sich entschuldigt? Ja. Bis dato nein. Bis dato nein. Bis jetzt nein. Wenn es, es gibt Frauen, die über den Beruf hinaus auch in ihrem Einsatz für die Familie Großes leisten, dass Sie da eine starke Mutter waren, ist ja wohl klar. Warum bekommen die oft nicht die Anerkennung für diesen Einsatz? Da müsste man ja wahrscheinlich zugeben, dass man vorher Mist gebaut hat. Und müsste das ganze Weltbild umbauen, das man vorher hatte. Aber es ist, glaube ich, auch wurscht, ob Sie das jetzt kriegen. Hauptsache, Ihre Tochter ist davongekommen und Sie haben es geschafft. Die müssen alle selber damit leben. Nicht dich. Katharina ist inzwischen auch verheiratet und hat ein Kind. Sie lebt mit Ihrer Familie auf Ihrem Hof. Wie würden Sie... Bitte sagen Sie das nicht auf meinem Hof, weil es steht der Mutter, wie Sie die Sendung sind. Auf dem Hof meines verstorbenen Mannes. Also wir stellen nochmal offiziell klar. Auf dem Hof des verstorbenen Mannes. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis heute beschreiben? Zu wen? Zu Ihrer Tochter. Super. Super. Würden Sie sagen, Sie sind die erste Ansprechpartnerin noch von mir? Das würde ich jetzt nicht behaupten. Wissen Sie, ich bin von meinen drei Kindern die Mutter. Zwei sind mittlerweile verheiratet. Und bei zwei, die verheiratet sind, der Stefan, der Älteste, nicht. Genau an dem Tag der Hochzeit, bei beiden habe ich das gemacht, bin ich hingegangen. Katharina, ihr Mann, Katharina hat als erstes verheiratet. Der Karl steht da, Katharina steht da in der Küche und dann sage ich, ich bin immer, immer, immer für dich da. Ich werde auch alles immer für dich tun, aber heute trete ich an die zweite Stelle. der Karl ist jetzt dann der Mann und ich bleibe immer deine Mutter und so ist er und so, wie es bei Michael auch gemacht. Dann grüßen wir auf diesem Weg auch den Karl, halten noch mal fest, dass Sie sich richtig eingesetzt haben für Ihre Tochter wie eine Löwenmutter. Der Begriff fiel ja heute auch schon mal. Sie sind sogar auch noch den juristischen Weg gegangen, haben auch das noch durchgekämpft, waren am Landgericht und haben dort auch noch Entscheidendes erreicht, auch für andere in Ihrer Situation. Also von uns allen erst mal Respekt noch mal für das, was Sie da bewegt haben für Ihre Tochter und darüber hinaus. Herr Simon, gibt es so etwas wie eine perfekte Mutter? Ich glaube ich nicht. Perfektion und Leben ist nicht miteinander vereinbar. Perfekt ist ja nicht umsonst der Begriff für was Vergangenes. Also perfekte Mutter gibt es nicht. Die ideale Mutter ist eine Märchenfigur sozusagen als Gegenbild zur bösen Stiefmutter. Wenn Sie das so sagen, das steckt ja auch in unserem Titel so ein bisschen starke Mütter verehrt und verteufelt. Sollten wir zu einem Mutterbild kommen, das vielleicht weniger idealisiert auf der anderen Seite, aber auch weniger verteufelt? Ja, beides. Weil ich glaube, die Beziehung zwischen Müttern oder Eltern im Allgemeinen, Sie merken, ich habe Schwierigkeiten damit, das nur auf die Mütter zu beziehen. Wir konzentrieren uns heute auf die Mütter. Die Schwierigkeit ist, das ist ja ambivalent. Einerseits sind Kinder abhängig von den Eltern und wollen aber selbstständig sein. Und die Eltern sind auch abhängig von den Kindern. Es fällt ja immer auf die Eltern zurück. Also insofern versuchen sie dann häufig zu kontrollieren. wollen das Beste für ihre Kinder, Kinder sehen es anders. Also das ist eigentlich eine Geschichte dauernder Reibung und Konflikte, wo immer mal Abstand und Nähe wieder miteinander oszillieren. Und wenn man sich dem aussetzt, das ist eigentlich das, was diese Beziehung ausmacht. Das Entscheidende, glaube ich, ist, dass beide Seiten sicher sein müssen, dass diese Beziehung sicher ist. Ja, und dass man sich darauf verlassen kann. Das ist eigentlich die perfekte Eltern- oder Mutter-Kind-Beziehung. Sich verlassen können. Darum geht es. Das ist das Entscheidende. Gehe ich genauso. Starke Mütter, verehrt und verteufelt. Wir sagen vielen Dank an unsere Gäste und beziehen Max natürlich mit ein. Also danke. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Kurz vor der royalen Hochzeit. Dann mit dem Thema Traumwelt, Adel, Faszination und Fassade. Das wird unser Thema in einer Woche. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön. Applaus 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 Applaus